Guten Morgen meine Freunde, Domination Tipps. Ich melde mich zurück mit einer neuen Let's Farm Episode und ich habe ein paar wirklich abstrus lustige Geschichten für euch. Eine wirklich sehr lustige Geschichte, eine andere Sache ist ein ziemlich cooler Fakt. Ich werde die Sachen auf jeden Fall alle mit euch zusammen durchgehen. Ich habe gerade den Ausbildungssegen angeschmissen, darum denke ich mal, begeben wir uns zuallererst mal wieder in Multiplayer. Ja, Aufklärungszeitalter, also Industriezeitalter, klar steht dran, aber faktisch Aufklärungszeitalter, kein Sniper Tower, ein bisschen Katapult hier rumstehen. Schaut gut aus. Stadtzentrum, ist nichts drin. Dann schauen wir mal, was hier geht. Wir peilen mal das nächste Mauerstück an und zwar ist das Problem aufgetreten, dass Nexen seit dem letzten Update, es gab hier im 5.1 Update das Feature, dass man Mauern mit Nahrung aufrüsten konnte. Allerdings haben sie dieses Update oder dieses Feature besser gesagt aus dem Update jetzt wieder entfernt. Bei uns in der Allianz ist dieses Problem, das da verursachtlich war, wohl aufgetreten und zwar haben wohl einige Spieler Minusanzahlen, also sprich minus 1.500.000 Nahrung und Gold gehabt, was natürlich dazu führt, gerade bei Gold ist das sehr ärgerlich. Wenn ich jetzt minus 1,5 Millionen Nahrung habe, ist das nicht ganz so ärgerlich, aber wenn ich minus 1,5 Millionen Gold habe, habe ich nicht genug Gold, um den Multiplayer zu starten. Man braucht ja mindestens 1000 Gold und das ist natürlich wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und ja, letzten Endes hat das dazu geführt, dass die Entwickler sich dazu entschieden haben, temporär jetzt erstmal das Feature hier mit dem Mauern für Nahrung aufrüsten, wieder aus dem Spiel rauszunehmen. Die Entwickler planen aber, dass sie das zukünftig wieder einbauen und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe bis jetzt, glaube ich, ein oder zwei Mauerstücke für Nahrung schon hochgemacht. Das hat sich sehr gut angefühlt. Meine letzte Episode ging auch darüber, da habe ich das gezeigt und einfach mal mit quasi demselben Aufwand wie sonst auch zwei Mauerstücke statt nur einem gefarmt. Was ich dann gleich noch für euch habe, ist Allianzverhalten und Allianz miteinander. Bei uns gab es das Problem, dass sich manche Leute einfach, es gibt Grundprinzipien, auch im Weltkrieg, an die man sich entweder halten kann oder man lässt es sein. Und da gab es so ein paar Streitigkeiten und da möchte ich euch einfach nur mal einen Beispielfall zeigen. Ich habe den Namen geschwärzt, ich habe die Telefonnummer geschwärzt, also es werden keine personenbezogenen Informationen hier rausgegeben von mir. So weit möchte ich es nicht kommen lassen. Aber ich werde euch einfach nur mal exemplarisch an dem Beispiel zeigen, wie man es am besten nicht machen sollte. Da hatten wir nämlich einen sehr lustigen Fall, der mich wirklich zu Tode gerührt hat. Ich habe gelacht, ich habe geheult gestern Abend. Das war gestern Abend gegen 11 Uhr etwa, wo das Ganze zustande gekommen ist und das hat sich so langsam entwickelt. Vielleicht werden es einige von euch auch lustig finden. Ich weiß nicht, ob man sich so ganz von außen reinversetzen kann, wenn ich euch jetzt nur den Screenshot zeige. Nur fand ich die Geschichte ziemlich lustig. Und was ich noch für euch habe, ein kleines Rätsel. Für alle Leute unter euch, die vielleicht auch Nerds sind, genau wie ich, die ich mich selbst auch bezeichnen würde, habe ich einen Screenshot für euch und ihr dürft mal raten, ihr könnt alle Informationen mit einbeziehen, die ihr möchtet. Ihr könnt auf Dominations Wikia gehen, ihr könnt meinen YouTube-Channel angucken, wie auch immer. Und ihr solltet mir bitte sagen, auf einem Screenshot, wie viel HP die angezeigten Mauern haben. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich bin mal gespannt, ob einige von euch vielleicht drauf kommen. Ja, so viel dazu. Ich will jetzt gucken, dass ich, ich weiß nicht, wie viel Diamanten ich habe, aber ich möchte eigentlich auch nicht so schnell hochleveln. Ich glaube aber, meine Truppen werden jetzt, leider die Bücherei und hier den, da ist das Ding nochmal, die Schatzkammer zu schnell abfackeln. Ne, hat geklappt. Huh, ganz knapp. Vier Sterne nur. Um die Geschichte und das Allianzmitglied ganz kurz anzureißen, es ging um den Streit quasi zwischen zwei Allianzmitgliedern. Ich war selbst nicht involviert, habe mich dann aber eingeschaltet, weil ich das einfach von einem von beiden sehr ungerecht behandelt gefühlt habe. Und zwar ging es um den Weltkrieg. Bei uns im Weltkrieg haben wir so eine grobe Regel. Wenn jeder seine zugewiesene Zahl oder seine Spiegelzahl angreifen muss, dann sollte er das bitte, wenn es geht, innerhalb der ersten zwölf Stunden, also innerhalb der ersten Hälfte des Weltkriegs schaffen. Wenn er das nicht schafft, einfach kurz hier im Chat schreiben oder in WhatsApp schreiben, Leute, klappt nicht. Dann darf er aber auch nicht böse sein, wenn jemand anders seine Spiegelzahl macht. Weil wir möchten ja möglichst schnell möglichst viele Sterne dicht machen, sodass wir unsere Leute auf Beute schicken können oder absehen können, wo sind Sterne offen geblieben, wo müssen wir noch was dicht machen. Und dazu braucht man natürlich alle möglichen getätigten Angriffe. Und da kann man jetzt nicht sagen, oh, der eine greift fünf Minuten vor Schluss an, den Gegner lassen wir jetzt die ganze Zeit offen, sondern man möchte planen. Und er hat halt irgendwie zwei Stunden vor Schluss angegriffen, hat nicht Bescheid gesagt, alle Sterne waren dicht und dann sind das genau die Leute, die dann zweimal Beute machen, nur weil sie vergessen haben, Bescheid zu sagen. Und da hat einer unserer Spieler, ein sehr gewissenhafter Spieler, ich nenne den Namen jetzt auch nicht, hat sich eingeschaltet und hat gesagt, hier, das geht so nicht, sag doch bitte Bescheid. Und dann kam von dem anderen Spieler einfach die Rückmeldung, kann ich doch nicht machen, ich arbeite, ich habe noch ein Real Life, dieses scheiß Spiel und sowas. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Jeder darf das Spiel selbst bewerten, wie er möchte. Jeder kann so viel Zeit rein investieren, wie er möchte. Alles gar kein Ding, aber entweder man spielt nach den Regeln oder man spielt gar nicht. Also im Sinne von, entweder ihr nehmt am Weltkrieg teil und haltet euch daran, dass ihr kurz Bescheid sagt, wenn der Angriff nicht klappt oder ihr macht euren Angriff. Wenn ihr aber im privaten Leben so viel zu tun habt, dass das nicht klappt, dann würde ich euch bitten, nehmt auch nicht am Weltkrieg teil. Also entweder die Regeln beachten oder einfach nicht teilnehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass der eine angefangen hat, den anderen zu beleidigen, irgendwie zu titulieren, er wäre eine Putzfrau, die den ganzen Tag nur Zeit hätte für Domi und darum keine anderen Sorgen im Leben hätte. Und daraufhin habe ich denjenigen damit konfrontiert und gesagt, hey, sorry, so möchte ich das nicht. Jeder kann hier seine Meinung sagen, aber die Meinung soll bitte sachlich gesagt werden. Wir sind nicht im Kindergarten und wir sind auch nicht 15. Und dabei ist dann letzten Endes dieser Screenshot entstanden. Genau dieser Screenshot ist dabei entstanden. Derjenige hat gesagt, ja, dann verpisse ich mich halt aus der Allianz. Ihr könnt doch eh alle nichts. Die Leute, die du um dich hast, du lässt doch nur die Leute um dich, die dir nach dem Mund reden. Habe ich gesagt, ich fange mit solchen Sachen jetzt erst gar nicht an. Wenn du meinst, du möchtest gehen, dann geh bitte. Und dann habe ich ihn halt aus der Allianz entfernt. Und dann hat er einen riesen Trara gemacht. Er würde sich noch gern verabschieden von Leuten. Da habe ich gesagt, gar kein Problem. Hier, wenn du dich wirklich verabschieden willst, ich richte gern was aus. Wollte dir diese Gelegenheit nicht nehmen, tut mir leid. Und dann kam hier unten diese Stinke-Nachricht von ihm. Und darüber habe ich mich so kaputt gelacht. Also ich habe wirklich, das hat mir gestern Abend meinen Tag gerettet. Ich fand das so übertrieben lustig, wie er das hier auch formuliert hat. Ich finde das auch schön. Dann zeigen Menschen nämlich endlich mal ihr wahres Gesicht. Genauso habe ich ihn nämlich auch eingeschätzt. Als so ein, nicht Prolet, aber als jemand, der es dann schon gerade raus einfach sagt. Und das fand ich sehr lustig. Weil vorher hat er halt das nicht so gezeigt. Aber ich habe es quasi schon vermutet. Und letzten Endes finde ich es immer gut, wenn man da mit offenen Karten spielt. Ich weiß nicht, findet ihr das gut, wenn ich so ein bisschen nebenbei erzähle? Also aus dem Nähkästchen plaudere. Das sind ja alles Sachen, die kann ich mir nicht ausdenken. Die passieren einfach. Ich versuche extra keine Namen zu nennen, sondern einfach nur die Vorkommnisse. So quasi wie so eine Fail-Compilation, ohne zu sagen, wer es letzten Endes war. Ich finde das Ganze ganz interessant. Wenn euch das stört, schreibt es mir bitte in die Kommentare, dass ich mich einfach quasi nur noch auf das Spiel fokussiere. Das hatte ich auch schon mal, dass das jemand geschrieben hat. Und den Einwand finde ich durchaus berechtigt. Wenn ihr das nicht möchtet, lasse ich das auf jeden Fall sein. Wenn ihr das aber ganz lustig findet, wenn ich so anonymisierte Geschichten quasi reinstelle aus unserer Allianz, dann wäre es auch ganz cool, wenn ihr mir kurz ein Feedback dazu gebt. Weil letzten Endes mache ich die Videos nicht für mich selbst. Ich mache die Videos für euch, damit sie euch unterhalten. Ich habe meinen Spaß so oder so mit Domi und lache mir jedes Mal einen Ast ab, wenn irgendwelche lustigen Sachen passieren. Ich habe auch übrigens die Flammenwerfer dabei. Jetzt mal wieder zum Dominations-Thema an sich oder per se. Ich habe das Flammenwerferlager sehr spät erst gebaut. Jetzt gegen Eventende. Das Event müsste ja die Abholzeit morgen oder so schon enden. Sprich, ich werde das Flammenwerferlager so lange wie möglich haben. Und auch diese plus 5 Truppenkapazität. Ich bin auch wieder im Weltkrieg dabei. Im letzten Weltkrieg hatte ich ja einmal ausgesetzt, da ich anderen von uns die Möglichkeit geben wollte, am Weltkrieg noch teilzunehmen. Wir haben ja viele neue Mitglieder, die sich auch alle beweisen wollten. Und weil ich seit 154 Weltkriegen in Folge dabei bin, habe ich einfach gesagt, ich gebe einmal 9 die Chance und habe mal nicht teilgenommen. Jetzt haben wir allerdings wieder genug Plätze frei quasi. Dadurch, dass ein paar Leute die Allianz verlassen haben, viele sich gerade im Umbau, im Umbruch befinden, im Industriezeitalter wichtige Sachen umbauen und dadurch Kapazitäten nicht frei haben, wie Flugplatz, Söldnerlager oder so. Wir kommen im Moment wieder auf den 40er Weltkrieg raus, wobei wir deutlich mehr als 40 aktive Mitglieder haben. Wir müssen normal immer einen 45er Weltkrieg suchen, aber man findet per se keinen 45er Weltkrieg. Selbst einen 40er Weltkrieg mussten wir gestern 6, 7 Stunden lang suchen und haben den jetzt um noch länger. Wir haben fast 10 Stunden gesucht. Wir haben den erst um 5 Uhr morgens gefunden. Das finde ich schon heftig. Also ich würde am liebsten auch einen 35er Weltkrieg suchen. Ich glaube, die findet man am häufigsten. 30 und 35er. Aber was soll ich machen? Ich kann ja schlecht sagen, weiß ich nicht, 5 Leute müssen jetzt permanent draußen bleiben. Wir haben uns schon überlegt, ob wir so ein rollendes System machen, dass wir sagen, es sind immer 5 Leute, die aussitzen müssen und das wechseln wir halt immer ab, immer durch, dass jeder mal aussitzen muss, der aussitzen möchte und sich daran beteiligen möchte. Aber das ist ganz schwierig. Weil wie gesagt, 50 Mitglieder oder 50 Teilnehmer im Weltkrieg ist ja das Maximum, was man haben kann für eine Allianz. Und dementsprechend, es gibt sehr wenig Allianzen, die tatsächlich 50 Mitglieder haben. Noch weniger Allianzen, die von diesen 50 Mitgliedern auch sehr viele Aktive haben, die dann auch im Weltkrieg teilnehmen wollen. Dementsprechend ist es so, dass die Folge davon ist, dass man halt fast keine großen Weltkriege findet, sondern überwiegend 30, 35er, vielleicht sogar 25er Weltkriege. Kommen wir zu meinem Rätsel für euch. Alle, die sich als Nerd bezeichnen würden oder denken oder meinen, sie haben Ahnung von Domi, die können jetzt die Ohren spitzen. Ich habe hier ein Screenshot für euch. Von wem der Screenshot getätigt wurde, ist vollkommen egal. Es geht einfach nur um die Basis und mir geht es speziell um die Mauern. Wer von euch fühlt sich dazu in der Lage, ihr müsst alles beachten an diesem Bild, beachtet. Ich gebe nur mal einen kleinen Hinweis. Universität vielleicht, die Sägen, die Mauerhöhe. Wer von euch kann mir sagen, wie viel aktuell bei diesem Spieler die HP pro Stück Mauer sind? Wer kann das schätzen oder wer kann das rausfinden? Man kann die Zahl sehr, sehr genau rausfinden, auf die Kommastelle genau. Ich gebe euch einen Hinweis. Meine Mauern sind derzeit bei 22.572 beziehungsweise 24.552 und ich habe Stufe 12 Mauern. Was für Mauern der andere hat, werde ich euch nicht verraten. Das werden viele Leute die Ahnung von Domi haben bereits schon sehen. Und vielleicht kommt ja auch drauf, dass man eventuell Universität und Bibliothek noch mit einbeziehen müsste. Mehr Infos gebe ich euch nicht. Ich freue mich auf Kommentare unten in der Comment-Section und bin mal gespannt, ob auch nur irgendjemand in die Nähe kommt, weil die Zahl ist deutlich höher, als man es im ersten Moment vermuten würde. Das ist viel Öl, aber ich brauche keine Öl. Ich habe wieder 47.000 zusammen, also das nächste Generale-Upgrade ist schon gesichert. Auch nicht. Ist wieder Industrie-Zeit, Alter. Wir brauchen Effizienz. Wir sind noch weit entfernt von den 5 Millionen. Ein Spiel ist gerade einfach so abgeschmiert. Das hat Dominations seit dem 5.1er-Update jetzt irgendwie gefühlt öfter. Schade. So, da sind wir wieder endlich. Weiter im Multiplayer. Wir brauchen noch 2,4 Millionen. Was auch ziemlich safe ist. Ich werde die Nation wechseln. Allerdings noch nicht jetzt, weil sich das noch nicht lohnt. Aber ich denke im globalen Zeitalter, ja im globalen Zeitalter denke ich schon, wird sich das lohnen. Ich habe nämlich mal gequatscht mit einem aus meiner Allianz. Den Namen darf ich glaube ich nennen. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat. Das ist ein befreundeter YouTuber, hat auch einen Kanal. Vielleicht kennt ihr den schon. Habe ich unten drunter unter meinen Videos auch immer verlinkt. Einer unserer stärksten Angreifer, Don Bova. Und zwar habe ich mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt. Und wir haben mal überlegt, welche Einheiten Sinn machen. Weil es gibt ja gerade in diesem Spiel, und das macht dieses Spiel so genial, es gibt Einheiten, oder nicht Einheiten, es gibt Nationen, die erst ihre volle Kraft im Ende des Spiels, also eine Late-Game-Nation quasi, die das offenbaren. Vielleicht fallen einigen jetzt direkt die Römer ein. Aber ich kann euch nur sagen, meine absoluten Favoriten und dahingehend, wo ich wechseln werde, werden allerhöchstwahrscheinlich die Deutschen sein. Ich werde das jetzt hier an der Stelle nicht näher ausführen. Jeder, der sich darüber ein bisschen Gedanken macht, wird jetzt entweder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, warum macht er das? Und dann sage ich ganz irgendein, du hast dir nicht genug Gedanken gemacht. Oder er wird verstehen, warum ich die Deutschen nehme. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich werde Ende Januar ins globale Zeitalter gehen. Dann werde ich die Deutschen nehmen und ihr werdet sehen, wie das rockt. Man muss die Deutschen halt mit System spielen. Wenn man die auf die falsche Art und Weise spielt, sind sie ziemlich nutzlos. Aber genau das ist ja das Ding. Man möchte spezielle Boni haben, die dann effektiv werden oder die dann effektiv sind, wenn man weiß, wie man sie nutzt. Und das ist genau der Hintergedanke dabei, der mir so gefällt. Weil, wie gesagt, man kann sie nicht mit jeder Strategie spielen. Das ist halt keine 0 aus 15 Nation, die man jedem empfehlen kann. Aber wenn man sie richtig spielt, sind sie sowohl im normalen Modus als auch im Weltkrieg sehr, sehr, sehr enorm stark. So viel dazu. Ich möchte es auch gar nicht zu viel spoilern. Ihr werdet sehen, wenn ich meine Nation wechsle. Werde ich auch, glaube ich, was größer ankündigen, weil ich ja viele Spiele habe, die auch die Briten sind oder vielleicht auch Briten sind, weil ich Brite bin. So. Wir können den Weltkrieg auch mal kurz angucken, wenn ihr wollt. Dann sehen wir, die Gegner ist wieder sehr, sehr ausgeglichen. Wir haben zwar Atomzeitalter-Gegner, aber da steht, wie gesagt, nur Atomzeitalter. Da steht, wie gesagt, nur Atomzeitalter auf der Verpackung drauf. Drinnen ist nicht wirklich Atomzeitalter. Die Gegner sind alle so, also die Höchsten jetzt, mit denen ich mich quasi vergleiche und auch unsere anderen Top-Spieler, sind alle so auf der gleichen Höhe wie wir. Ende Industrie, Anfang globales Zeitalter. Also sehr, sehr ausgewogen, muss ich sagen. Schauen wir mal rein. Er hier ist im globalen Zeitalter. Die überwiegende Anzahl seiner Gebäude ist aber Industriezeitalter. Alles in allem würde ich ihn perfekt nahezu, nahezu perfekt, wirklich. Industriezeitalter Maximum nennen. Also quasi äquivalent hoch mit unseren höchsten Spielern, die sich gerade auch Ende Industriezeitalter bewegen. Spieler Nummer 2, Industriezeitalter. Er ist sogar faktisch noch im Industriezeitalter. Würde ich auch nahezu perfekt Industriezeitalter Maximum nennen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird meine Spiegelzahl sein. Ich habe mir noch nicht überlegt, von wo ich angreife. Aber wenn ich mir das Ding jetzt mal anschaue, dann möchte ich natürlich den Sniper-Turm weghaben, auch wenn der ungelevelt ist. Und ich glaube, ich werde einfach von hier unten aus angreifen, obwohl hier natürlich Fallen liegen können. Ich muss es mir nochmal überlegen, nochmal anschauen. Kann auch sein, dass ich von hier aus angreife, weil hier so schön dicht gebaut wurde. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Widerstandskapitel können ja nicht erforscht sein. Denn dementsprechend muss ich mir da schon mal weniger Köpfe und Fabriken und Söldnerlager bla bla machen. Bieler Nummer 3, Atomzeitalter. Ja gut, das war genau das, was ich meinte. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Er ist nicht im Atomzeitalter. Aber hier muss man sich natürlich sorgen, um die Widerstandskapitel zu machen. Sprich, wo, wie? Ich habe dich ja eben schon mal angesprochen mit den Deutschen. Hier kannst du zeigen, was die Deutschen können. Und schauen wir mal die Märkte. Der hier ist global. Ja. Der hier ist auch global. Der hier ist auch global. Also ziemlich sicher werden die Widerstandskapitel meiner Meinung nach erforscht sein. Wo ist denn die zweite Fabrik? Da haben wir eine Söldnerlager. Ich sehe gar keine zweite Fabrik. Hat er die überhaupt nicht gebaut? Okay, er hat die nicht mal gebaut. Dann, glaube ich, wird derjenige auch nicht strategisch damit spielen. Weil wenn man die Widerstandskapitel erforscht hat, wird man sich auch darum kümmern, dass man alle Gebäude hat, die dazugehören. Also wie gesagt, absolute Wundertüte, die Gegner. Ich halte es mir offen. Bin sehr gespannt, wie der Weltkrieg verlaufen wird. Ui, das ist mal Beute. Schauen wir. Globales Zeitalter. Also natürlich nicht. Aber die Mörser stehen jetzt gar nicht mal so schlecht. Da werde ich mich drum kümmern müssen. Snipertower sehe ich nicht. Aber ich sehe Flugabwehren. Ich glaube, wir gehen vom Stadtzentrum rein und halten dann mal Ausschau nach Stadtzentrumverteidiger. Was mich ein bisschen stört, was mir jetzt aufgefallen ist, die Flammenwerfer-Heinis kosten, zumindest im Industriezeitalter, Öl. Das geht mir ein bisschen auf den Zwirn. Weil jeder von denen kostet, glaube ich, 50 Öl. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ich die sechs Stück neu ausbilden... Oh, oh. Stadtzentrum? Nee, kommt nichts aus. Jedes Mal... Ja gut, die Fallen sind getriggert. Also ausgelöst. Das scheint ein inaktiver Spieler zu sein. Stimmt. Jedes Mal, wenn ich jetzt alle Flammenwerfer quasi neu ausbilden muss, kostet mich das 300 Öl. Und das ist echt nicht wenig, Mann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht wenig. So, wo sind die nächsten Mörser? Da oben sind die nächsten Mörser. Da ist aber auch eine Flugabwehr. Mal schauen, kriege ich die weg? Perfekt. Perfekte Anflugrichtung. Na gut, die Flugabwehr hat jetzt ein bisschen getroffen. Aber der Mörser ist zum Glück weg. Also sprich, derjenige hat jetzt nicht signifikant viel Mörser-HP erforscht. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich an den nächsten Mörser am besten rankomme, ohne dass ich die Flugabwehr auslöse. Ich will natürlich auch keine Taktiken verschwenden. Doch, von außen komme ich sogar dran. Dann versammle ich meine Truppen mal hier unten. Ich habe die jetzt extra weit nach unten raus versammelt. Hier an die Seite. Obwohl, sie sind zu schnell. Ne, sie werden schon in Reichweite des Mörsers kommen, bevor wir fertig sind. Oh, jetzt muss ich mir das überlegen. Hier vorne steht auch noch ein Mörser. Ich glaube, dann werde ich auf den Mörser versammeln und hier die Flugzeuge rufen. Klar, die fliegen jetzt über die Flugabwehr. Aber das muss ich jetzt riskieren. Ich glaube, das funktioniert jetzt ziemlich perfekt. Da, der Mörser ist weg. Flugzeuge haben überlebt. Jetzt kann ich gleich auf den oberen Mörser versammeln. Jetzt muss ich den Kanonenturm noch ausschalten und die Farm am besten. Jetzt kann ich meine Truppen nämlich auf den Mörser versammeln und dann werden sie hoffentlich, 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 ohne dass eine Artillerie draufgeht. Nein, da ist eine Artillerie draufgegangen. Den Turm noch mit wegmachen. Das war meine Hoffnung. Jetzt ist der Turm erst weg. Also das ist immer genau das, was ich vermeiden möchte. Das ist, wenn ich versammle, dass meine Truppen nah an Kanonentürme oder an Türme ranlaufen, weil dadurch gehen sie extrem schnell tot. Gerade die Artillerie. Ihr wisst ja, das leidige Problem mit dem Neuausbilden. Aber das ist dann auch so ein bisschen Strategie gefragt, weil ab so einem gewissen Zeitalter, so wie hier, klar, der Typ ist ein Rusher und die Basis ist letzten Endes absolut keine Herausforderung. Aber das Problem ist halt trotzdem, wenn die Gebäude eine gewisse Stärke erreichen, dann sind die trotzdem gefährlich für dich oder für euch oder für die Truppen. Wir hatten jetzt auch... Oh, oh. Mach doch mal bitte den Turm hier platt. Und weg hier. Uh, eine Farm ist stehen geblieben. Boah, Beute war auch nicht schlecht. Bei uns im Allianz-Chat, ja, nicht im Allianz-Chat, in der WhatsApp-Gruppe hatten wir auch wieder das leidige Thema. Erstmal, es gibt so Grundthemen, die sind quasi schon hundertmal durchgekaut worden. Welches Weltwunder soll ich nehmen? Briten gegen Koreaner? Das ist so das typischste Thema. Ah, die Reichweite ist besser, der Schaden ist besser, aber ich habe bloß eine Taktik, das haben wir schon so oft durchgekaut. Ähm, das dauert was. Ich möchte kurz dem Turm schreiben. Wurstfingeralarm, oh oh. Manchmal bist du, ja, ein bisschen verschrieben habe ich mich. Aber er kann es lesen. Auf jeden Fall haben wir so ein paar lustige Themen dann immer im Allianz-Chat und unter anderem hatten wir auch das Thema, warum Türme bei Fünfer-Einheiten nicht auslösen, wenn man von der Ecke angreift und wenn man von der Seite angreift. Das ist ein sehr wehleidiges Thema und das ist schwierig zu erklären, habe ich gemerkt, auch wenn es für mich übelst sinnvoll ist. Ich versuche das ganz grob mal anzureißen für alle, die es interessiert. Schaut mal bei mir in den Tipps-Tricks-Playlists für die deutschen Videos oder in den Heinz-Tricks-Videos für die englischen, je nachdem, ob ihr englisch oder deutsch präferiert. Und schaut euch mal an Outsmart-Towers oder Türme überlisten, weil gerade mit Fünfer-Einheiten, sprich britische Fernkämpfer oder auch mit allen Artillerie-Einheiten, kann man Türme so angreifen, dass sie sich nicht wehren können. Und das hat damit zu tun, ihr seht ja schon, der Turm hat einen runden Radius, aber eine quadratische Grundfläche. Und das bedeutet mathematisch gesehen, dass die Ecken der Grundfläche weniger weit vom Radius entfernt sind als die Kanten. Greift man jetzt also quasi von drei, sechs, drei, oh, jetzt ist der Turm wieder weg, ich darf nicht drauf tippen, drei, sechs, neun oder zwölf Uhr an, kann man mit Fünfer-Reichweite auf den Turm schießen, ohne dass er zurückschießt. Greift man jetzt aber von halb zwei, halb fünf, halb acht oder halb elf, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es richtig war, aber greift man auf jeden Fall von den Kanten aus an, dann wird man beschossen. Und das ist ein ziemlich cooles Thema, wenn man zum Beispiel im Weltkrieg noch, weiß ich nicht, eine Artillerie übrig hat, einen Fernkämpfer übrig hat und möchte trotzdem den ganzen Turm damit wegbekommen. Ich versuche es euch mal zu zeigen, wenn ich jetzt in den Multiplayer gehe. Ich glaube, das dürfte ziemlich einfach sein. Ui. Ui. Beute ist gut, Layout ist okay. Haben wir denn hier irgendwo einen exponierten Turm? Ja, wir haben hier zwei Türme, aber ich kann es leider nicht zeigen. Ich glaube, wenn ich von hier aus angreife, kann der Turm mich beschießen. Also ich glaube, der Turm schießt gleich, aber wir versuchen es einfach mal. Ah, läuft jetzt schräg. Ja, jetzt ist er schräg gelaufen. Hat jetzt nicht funktioniert. Ich versuche es euch gleich an der Hand, einer anderen Karte nochmal zu zeigen. Greifen wir mal von hier unten jetzt an. Oder, ja, da können wir gleich auf den Mörser versammeln. Es funktioniert auf jeden Fall, das könnt ihr mir glauben. Auch wenn es schwer zu verstehen ist. Und jeder, der interessiert ist an dem Thema, wie gesagt, einfach mal kurz reingucken in die Playlist. Hier ist das schwer zu erklären, aber ich habe dafür extra eine Grafik erstellt. Und ich glaube, die ist relativ eineindeutig. Ah, ich glaube, jetzt gleich löse ich den General aus. Nicht aus, dass... Ne, ich mache einfach hier den. Ich habe wieder mein drittes Flugzeug, das ich eben zermatscht habe. Ich habe den General trotzdem ausgelöst. What? Warum macht ihr das? Was tut ihr, meine Freunde? Ich muss gleich auf den nächsten Mörser versammeln. Komm, macht bitte den Kanonenturm weg. Macht den Kanonenturm weg. Leute, was macht ihr? Oh, ich habe viele Blackwatch verloren, aber keine Artillerie. Das war auf jeden Fall sexy. Industriezeitalter bedeutet Mörser. Da ist das andere Katapult, okay. Oh, wir haben natürlich auch eine Sniper-Tower. Kacke, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist meine Heilkarren in Ruhe. Der Angriffswinkel von meinem Flugzeug ist natürlich wieder mal perfekt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe den jetzt nicht berücksichtigt. Also ich habe die jetzt einfach gerade drauf geschickt. Ich hätte genauso gut sein können, dass die von hier aus über das noch nicht gebaute Weltwunder anfliegen. Ich muss mal aufs Stadtzentrum achten. Ne, haben sie nicht ausgelöst. Wunderbar. Dann, glaube ich, schicke ich meine Truppen jetzt außenrum. Weil, wenn ich jetzt von innen auf das Katapult versammle, oder auf den Mörser, wird das Katapult mitschießen. Gehe ich jetzt aber außenrum, kann ich ganz in Ruhe zuerst die Türme mit dem Katapult rausnehmen und dann meine Flugzeuge hier auf den Mörser versammeln. Was ich sogar machen werde, ich werde jetzt nach und nach die Türme schon mal alle rausnehmen. Dann habe ich gleich keinen Stress mit denen. Weil die so schön weit auseinander stehen, brauche ich die anderen Türme nicht zu fürchten. Oh, er hat Turm-HP erforscht. Seht ihr das? Der Turm ist stehen geblieben. Das ist nicht normal. Nicht bei vollgelevelten MK3-Flugzeugen. Ich mache jetzt nach der Reihe nach alle Türme weg. Dann kann ich gleich ganz in Ruhe auf den Mörser versammeln. Ich muss oben natürlich simultan ein Auge auf meine Truppen halten. So. Hat einmal geschossen. Jetzt hin versammeln. Oh, fast eine Artillerie verloren. Lass mir das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Jetzt kann ich schon hier komplett auf den Mörser versammeln, weil meine Truppen... Ne, die gehen noch nicht auf den Turm. Warum auch immer. Jetzt haben sie den Turm weggemacht. Perfekt getimt. Der Mörser ist auch weg. Kein Flugzeug verloren. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das viel effektiver läuft. Ich glaube, ich werde es diesmal nicht schaffen, unter 100% zu kommen, weil meine Truppen hier die letzten Ressourcengebäude schon platt machen. Oh, gleich stört mir ein Flammenwerfer, glaube ich. Nein, das kostet Öl nicht. Ja, ein Flammenwerfer ist tot. Kaka. Mist. Wer hat das Brot, würde er sagen, Mist. So. Muss ich einen Flammenwerfer halt neu ausbilden. Aber ich habe ja auch ein bisschen Öl verdient hier. Ja. Boah, gar nicht mehr schlecht. Dann machen wir mal kurz Retrain. Und was ich ein bisschen schade finde, genau, das ist mir auch noch aufgefallen. Ihr seht schon, ich habe Umschulen gedrückt und trotzdem fehlt mir diese eine Truppe, die Flammenwerfer-Truppe. Sprich, Event-Truppen muss man immer manuell dazu ausbilden. Ich habe mich übrigens eben vertan. Nicht 50 pro Flammenwerfer, 40 pro Flammenwerfer. Ist aber trotzdem nicht wenig, wie ich zumindest finde. Hier wird schon wieder diskutiert. Hier wird sich schon hier wird sich schon wieder gebieft in der Gruppe. Das finde ich schade. Wir brauchen aber nur noch eine Million. 28 Minuten, perfekt. Das heißt, wir kommen locker drüber. Mein Napoleon ist auf Level 18, oder? Genau, auf Level 18 in etwas mehr als einem Tag. Ich habe jetzt schon wieder genug, um danach auch den MacArthur auf Level 18 zu ziehen. Also läuft alles planmäßig nach Fortschritt. Meine Mörses sind übrigens fertig. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aber das habt ihr vielleicht schon gesehen. Mörses sind alle fertig und ich habe... Oh, meine Uni ist gerade fertig geworden. Chillig. Ich habe extrem viele Leute in der Uni stecken, wie ihr gerade sehen könnt. Hier und hier nochmal, weil ich gerade meine Mauer- und Torverbesserungskosten erforsche. Und da könnt ihr mal gucken, wie geil, geil, geil billig. Wirklich, ich muss sagen billig. Nicht günstig, billig. Meine Mauern dadurch werden. Schaut mal an. Anstatt 5 Millionen zahle ich nur noch 4,9 Millionen. Oh. Ich habe mich gerade schon gewundert. Waren wir eben nicht bei 4 Millionen? Klar, ich habe gerade Gold in die Uni ausgegeben. Aber kein Problem. Ich dachte gerade, ich wäre am Spinnen, wirklich. Auf jeden Fall werden meine Tore und meine Mauern dadurch extrem viel günstiger. Und gerade umso teurer eure Tore sind und eure Mauern. Gerade dann wird dieser Prozentsatz an Vergünstigung natürlich ja nochmal viel extremer. Dadurch, dass Prozentwerte ja mit ihrem angewandten Wert zusammensteigen. Und das ist so geil. Darum werde ich jetzt möglichst viel dran setzen. Ganz schnell in der Uni. Wo ist es? Hier hinten das Kapitel auch noch zu erforschen. Weil dann kosten meine Mauern alles in einem 10 Prozent weniger. Und ihr könnt ja mal selbst rechnen. Momentan kosten meine Mauern 5 Millionen. Wenn meine Mauern dann mal 8 Millionen kosten, spare ich 800.000. Das ist fast eine Million pro Mauerstück. Das ist einfach unheimlich viel. Also da werde ich sehr schnell draufsetzen. Die anderen Punkte, die kennt ihr glaube ich schon. Ich erwähne sie nochmal ganz kurz. Ich forsche hier auch auf Artillerie Schaden. Den kann ich in 4 Tagen beginnen. Dann macht meine Artillerie noch mehr Schaden. Dann werde ich noch auf Artillerietrefferpunkte gehen. Und zuletzt, wenn ich das beendet habe oder vielleicht auch zwischendurch ein bisschen die Sabotagendauer verlängern. weil ich insgesamt 30 Prozent mehr Sabotagendauer bekommen kann. Und wenn wir das mal aufrechnen, ich weiß jetzt nicht, ob da ein kumulierter Wert mit dabei ist. Es kann sein, dass es im Endeffekt weniger sein wird. Aber ich peile jetzt einfach mal über den Daumen. 19 Sekunden. Wenn ich da ein Drittel draufrechne, dann sind wir bei 25 Sekunden müssten wir sein. Das ist abartig. Das ist einfach abartig, wenn man dafür Gebäude lahmlegen kann für fast eine halbe Minute. Das passt dann auch perfekt mit dem Versammeln nahezu. Was ich noch drauf forsche, ist natürlich das alte, bekannte Kapitel. Blackwatch-Schaden, Blackwatch-Trefferpunkte. Gerade meine nationenspezifischen Truppen werden hier verbessert. Und da kann ich natürlich nur sagen, bellissimo. Schutzdauer werde ich danach noch in Angriff nehmen. Überdessen hinaus habe ich noch eine sehr, sehr enorm lange Forschung vor mir. Und zwar hier Turmsägenbonus, Turmsägenbonus, Festungssägenbonus, Turmsägenbonus, Panzerdepot, Verteidigerschaden, Panzerdepot, Verteidigertreffer, Unterpunkte, bla bla bla, bis dass wir hier hinkommen. Alter, wie krank. Ich kann 10 mal 3%, also in Summe letzten Endes 30% mehr Hitpoints für meine Mauern und Tore bekommen. Das ist einfach abartig. Wieder mal genau der gleiche Punkt wie eben mit den Kosten. Je höher eure Mauern, je höher fällt der Prozent, desto höher fällt der Prozentsatz aus. Und das ist genau mein Ziel. Auch geil. Alter, was ich hier für Leute finde mit Loot. Ey, früher habe ich echt einen Rückwärtssalto gemacht, wenn ich Leute finde mit 100.000 im Schießpulverzeitalter und mittlerweile, wenn die keine 300.000 mehr haben, dann haue ich schon wieder ab. Man wird so verwöhnt, aber es funktioniert ja auch. Also hätte ich früher schon gewusst, wie viel Beute man machen kann, hätte ich mir ganz sicher niemals gedacht, so höher als Stufe 9 gehst du nicht mit deinen Ohren. Das war so früher meine Annahme. Ich habe gerade übrigens einen Fehler begangen. Ich habe über das Versailles angegriffen. Jetzt seht ihr, wie meine Truppen lahmgelegt werden. Gucken wir, wie langsam die sich nur noch bewegen. Seht ihr das? Die kleben richtig am Fleck. Aber ist egal, ich habe ja meine Flugzeuge. Die übernehmen den Rest. Darf mir nur kein Flugzeug draufgehen. Uh, da waren jetzt sehr viele Türme. Alter, habe ich jetzt echt fast mein letztes Flugzeug verloren. Das war ultrascharf. Ultra knapp. Muss ich mal überlegen, wie ich das da unten mache. Das ist jetzt gar nicht mal so lustig. Da komme ich nicht dran. Ich glaube, ich muss meine ersten beiden Flugzeuge nehmen. Ihr müsst immer euch merken, in welche Reihenfolge die Flugzeuge anfliegen. Meine ersten beiden sind unbeschädigt nahezu oder wenig beschädigt. Und mein letztes Flugzeug ist krass beschädigt. Darum darf ich das letzte jetzt erstmal nicht einsetzen. Kommt schon, kommt schon. Nicht, nein, es wendet genau das beschädigte Flugzeug. Oh, haarscharf, Mann. Jetzt muss ich extrem aufpassen, sonst verliere ich hier zwei Flugzeuge. Also immer merken, in welcher Reihenfolge eure Flugzeuge abhauen. Bei mir war es zum Beispiel gerade so, das letzte Flugzeug war extrem beschädigt. Bedeutet, wenn ich zwei Flugzeuge jetzt wieder rufe, dann sind die ersten beiden relativ unbeschädigt. Das zweite jetzt natürlich auch. Aber das dritte Flugzeug ist hardcore beschädigt. Also immer aufpassen, wann ihr wie viele Flugzeuge ruft. So, versammeln ist noch nicht ready. Ich darf mein Flugzeug auf gar keinen Fall rufen. Da sind zwei Türme. Jetzt muss ich abwarten und hoffen, dass mir keine Artillerie draufgehen. Die Türme und Kanonenturm ist weg. Ich warte, jetzt versammle ich. Der Turm hat perfekt drüber geschossen. Ich meine, der Kanonenturm, ach der, ich bin schon wieder vollkommen durcheinander. Ihr wisst ja, ich meine der Mörser. Der Mörser hat drüber geschossen. Und jetzt schaue ich mal, ob ich noch habe, knifflig glaube ich, hier auf vier Sterne zu gehen. Obwohl, das schaffe ich. Ich muss noch hier den Turm und den, den Stall platt machen. Heißt, ich versammle jetzt gleich auf den Turm und dann fliege ich mit den Flugzeugen über den Stall. Ich brauche das Gold aber noch. Nein, jetzt machen sie doch alles platt. Ja, das Gold ist weg. Tschüss. Nein, sie haben alles platt gemacht. Sind zu schnell die Truppen. Ohne Spaß. Krass. Machen wir direkt noch einen Kampf, dann kommen wir auch der 5 Millionen wieder näher. Ich weiß gar nicht, wie viel hat das Kapitel eben gekostet zu forschen. 500.000 in etwa, ne? Möchte ich mal kurz schauen. Das war jetzt das ähm 8 6 3 dritte vierte Kapitel haben wir erforscht. Also genau wie hier. 450.000 hat es gekostet. Okay. Boah, der Loot ist saftig, aber die Basis ist auch echt nicht schwach. Ich glaube, da verhebe ich mich jetzt, wenn ich da angreife. Ne, das mache ich nicht. Dafür sind wir noch zu weit weg von 5 Millionen. Absolut viel zu stark für einen effizienten Beuteangriff. Ja, die geht. Ich musste übrigens auch wieder jemanden umerziehen. Jemand hat sich bei mir wieder am Öl bedient. Ihr kennt die Methode schon. Gerade meine längeren Zuschauer dürften das schon kennen. Der hat, ja, Dynamit auf mein Öl gesetzt. Das kann ich gar nicht ab. Soll er normal angreifen, wenn er sich dann Öl sichert, hat er sich verdient, aber mit Dynamit, das ist lustig. Absolut lustig. Also habe ich einen Umerziehungsversuch gestartet. Wenn ich es nicht vergesse, und ich bin ziemlich vergesslich, wie ihr wisst, werde ich euch gleich das Replay dazu noch zeigen. Ich überlege gerade, von wo ich reinfliege mit meinen Flugzeugen. Ich glaube, ich mache diesen Move und hoffe, dass meine Flugzeuge, nein, sie kommen von der falschen Seite. Ich dachte, sie fliegen von hier aus über die Katapulte und können dann gleichzeitig noch das hintere Katapult mittreffen. Ist nicht so, aber jetzt machen halt die Bodentruppen, genau. Machen halt den Rest. Dann versammle ich schon mal rein. Hier kann ich einen Klammwerfer setzen. Hier kann man das Öl wegmachen. Genau das hier meinte ich. Die Truppen habe ich gerade meine Flugzeuge auf das Katapult versammelt, spulen ruhig nochmal zurück und sie haben trotzdem den Tor mitgetroffen, weil aus der Flugrichtung, aus der sie kommen, können sie mehr Gebäude treffen, als sie eigentlich nur anvisiert haben. Das ist das Gute. Also da kann man manchmal echt strategische Dinge abziehen, wenn man weiß, von woher die Flugzeuge kommen. Das muss man dann allerdings auch gut planen. Hier werden wir ziemlich sicher wieder unter 100%. Komm, also endlich nochmal kein 5 Sterne. Wie sich das anhört. Endlich mal wieder keine 5 Sterne. Also hier die Flugzeuge hin. Und dann holen wir uns noch das Gold und dann hauen wir ab. Zahlen sind grün, alle Goldgebäude weg. Also hauen wir ab. Es gab trotzdem Diamant, aber wir haben Kapazität erreicht, also bin ich wieder bei 24 Diamanten. Ich überlege gerade, ob ich noch ein paar mehr Öllieferungen kaufe. Aber mir ist letztes Mal schon zum Verhängnis geworden, als ich hier mein Flammenwerferlager bauen wollte, dass ich keinen Platz mehr habe. Ihr kennt das ja schon. Hier ist noch minimal Platz, aber da will ich Gold hinlegen. Und sonst ist alles dicht. Hier muss ich Sägen hinstellen, da muss ich Sägen hinstellen, da. Sonst muss ich echt nochmal roden. Ich habe gar nicht mehr viel zu roden. Ich glaube 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück genau. Ne, da kommen die neuen Nachrichten. Uiuiui, was steht denn hier alles, Leute? Ich vermisse dich, Pinky. Wo ist Pinky? Pinky, wenn du das hörst, wir vermissen dich. Das war eine super geile Zeit mit dir und irgendwie, man merkt es halt, dass Pinky ist dann fehlt. Wie viele Nachrichten hier noch sind? Alter. Navidon, du bist ja schlimmer als meine Freundin. Ich rede mit dir. Ja, okay. Boah, da kommen so viele Nachrichten rein. Ich kann das gar nicht alles lesen. So, fertig. Multiplayer, noch 700.000. Bleh. Auch nicht. Krass viel Öl. Aber bruch ich nicht. Bruch ich nicht. Ne. Okay. Itza Max. Der ist sogar schon global. Der ist gerade wahrscheinlich frisch hochgegangen. Alter. Der ist früh dran. Level 78, Aufklärungszeit, Alter. Respekt, mein Freund. Ne, zu stark, zu wenig Gold. Ihr kennt das Problem. Ja. Kann man sich, ja. Weiß ich nicht. Machen wir von hier. Da hat das Truppensetzen jetzt komischerweise wieder perfekt geklappt, ohne den Versammeln-Knopf. Es ist echt ein Mysterium. Ich kann es absolut nicht vorhersehen. Und das macht mir das zu schaffen. Ich mag es, wenn ich Dinge planen kann, wenn ich weiß, wie die ablaufen. Wenn ich Dinge nicht verstehe, kriege ich einen Rappel. Da habe ich Panik. Oh, oh, Kanonenturm. Nehmen wir bloß keinen Kanone. Keine Artillerie. Oh, Glück gehabt. Da war ich zuvor schnell. Du nervst mich, Katapult. Du hast erstmal Dienstschluss. Stadtzentrum haben sie auch noch ausgelöst. Was könnt ihr eigentlich, Leute? Was könnt ihr eigentlich? Wofür bezahle ich euch? Ohne Spaß. Und er hier oben? Was macht er hier? Er macht hier alleine Parade. Alter, was macht ihr gerade? Bitte, weiht mich ein in euren Plan. Ich verstehe es nicht. Die Mühlen brauche ich auch eigentlich gar nicht platt zu machen. Heißt, ich kann wieder perfekt hier runter versammeln. Mich dann nur noch um den Kanonenturm kümmern. Ey, mein Handy rastet gerade auch wieder aus. 11 Nachrichten, 3 Chats. Wieder irgendwelche Videos bei WhatsApp. Muss ich vielleicht mal reinschauen. Vielleicht gab es was Wichtiges. Wo haben wir denn noch einen Turm? Da haben wir einen Turm. Aber der ist gleich platt. Hier haben wir noch einen Turm. Dann setze ich hier mal meine Flammenwerfer-Heinis. Wir können ja nicht alles kaputt machen. Oben stehen ja noch Gebäude. Bedeutet, ich kann hier unten alles wegrösten. So, Verteilungsgebäude haben wir alle. Goldgebäude haben wir auch alle. Heißt, wir können abbauen. Ja. Perfekt. Perfekt. Ich habe übrigens davon abgesehen, meine nächste Flugabwehr zu upgraden, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich habe gestern drei Mauerstücke hochgezogen. Also das letzte Mauerstück war ja quasi diese 5,5 Millionen, die ich für die Flugabwehr gebraucht hätte. Habe mich dann aber umentschieden. Und zwar wegen dem ganzen Fortschrittsplan. Nexen hat mir das absolut versaut, weil die haben hier in der Universität zuerst bei Hiawacha für alle Kapitel nur zwei Leute. Jetzt wieder nur zwei Leute. Was zum Teufel? Entscheidet euch doch bitte. Mann. Gestern waren es nur zwei Leute. Jetzt auf einmal waren es drei Leute. Dann habe ich gedacht, okay, es sind drei Leute. Dann habe ich genau einen zu wenig, weil ich möchte zwei Leute übrig haben, um permanent meine Bäume ernten zu können. Wenn ich jetzt aber die Flugabwehr geupgradet hätte, hätte ich zwölf Leute in der Uni gehabt. Plus, ne, 15 Leute hätte ich in der Uni gehabt. Plus Flugabwehr wären schon 19. Da kommt auch irgendwas nicht hin. Auf jeden Fall hätte es nicht hingehauen. Und darum habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann upgrade ich halt nicht die Flugabwehr, sondern ich mache das Hiawacha-Kapitel. Und sobald diese Leute hier rauskommen, werde ich anfangen, einen Turm abzugraden und eine Karawane. Jetzt habe ich die Karawane gemacht hier oben. Und hier steht die Karawane. Und den Turm wollte ich jetzt als nächstes machen. Jetzt sehe ich aber auf einmal wieder. Warum zum Teufel sind hier wieder nur zwei Leute braucht man dafür? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall kann ich den Plan jetzt wieder über den Haufen schmeißen. Jetzt kann ich schon die Flugabwehr upgraden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Spinnen tue ich nicht. Ich habe es mir gestern extra angeschaut. Es waren definitiv drei Leute, die ich gestern Abend reinstecken musste. Jetzt sind es wieder nur zwei. Ich komme mir vor wie der letzte Spacko. Oh Mann. Ich brauche Nahrung. Ja, das sieht schon besser aus. Da hat jemand auf mich gehört. Die allwissentliche Vorsehung. Aber Industriezeitalter. Da haben wir noch einen Katapult. Dann werde ich von hier oben, denke ich mal, angreifen. Und ich gehe das gut. Oh, da kommen Geomanry aus dem Kommandoposten. Hat aber gut geklappt. Ich glaube, wir sind alle tot, ohne dass sie mir Schaden zufügen konnten. Aufs Stadtzentrum achten. Hier schon mal meine Flieger draufsetzen. Hallo. Jetzt muss ich schon versammeln, sonst gehen mir zu viele Truppen drauf. Ich habe jetzt schon extrem viele Blackwatch verloren. Fast 15 Stück. Noch mehr als 15 Stück. 17 Stück habe ich schon verloren. Und auch eine Artillerie. Verdammt. Ich hasse das Spiel manchmal. Weil es nicht macht, was ich möchte. Das ist gemein. Wir haben hier keine Flugabwehr. Also ich kann relativ sicher hier auch nochmal meine Flugzeuge auf das Katapult. Und auf den Mörser senden. Krass, ne? Hier ist schon wieder mal das Zeichen. Man darf nicht nach den gerodeten Wäldern gehen. Denn hier vorne sieht ab die Entfernung. Ich habe schon wieder eine Artillerie verloren. Ey, jetzt wird es ernst, Leute. Strengt euch doch mal an. Könnt ihr irgendwas... Wo ist die Artillerie draufgegangen? Zwei Stück jetzt verloren. Hier vorne stand ja der Mörser. Und rein von der Optik her sieht es durch den wenig gerodeten Wald so aus, als wäre hier die Strecke viel kürzer als hier der Anflugweg. Aber letzten Endes hat er hier viel mehr Wald gerodet als hier vorne. Hier geht es nämlich noch weiter. Und die Anflugstrecke war von dem Mörser, also über die Flanke hier, deutlich kürzer, weswegen die Truppen auch von da gekommen sind. Ich verstehe es echt nicht, wie die Artillerie gerade frecken konnte. Das ist immer, wenn ich nicht hingucke. Das ist wie so Dreijährige. Und irgendeiner, wenn ich nicht hingucke, fällt dann die Klippe runter, fängt an den Kühlschrank auf zu essen oder sowas. Mann. Das Öl hat er auch wieder sehr gut geschützt. Gerade nachdem jetzt die neuen Mauerbrecher rausgekommen sind. Das kann ich euch auch noch als Tipp geben, genau. Die neuen Mauerbrecher zerballern insgesamt immer ein Mauerstück mehr, als sie anvisiert haben. Sprich, wenn ich jetzt auf dieses Mauerstück hier gehe, ballern sie die beiden Mauerstücke noch mit kaputt. Wenn ich jetzt auf dieses Mauerstück gehe, werden all diese Mauerstücke drumherum noch mit weggemacht. Doppelmauern rentieren sich also, haben sich vorher schon quasi nicht rentiert. Bei den meisten Bauweisen. Aber jetzt rentieren sie sich noch viel weniger. Also, nehmt eure Doppelmauern wieder weg. Sie haben gar keinen Sinn mehr. Bringt einfach nichts. Falls ihr irgendwo Doppelmauern in eurer Basis habt, kann ich euch nur den Tipp geben, abbauen. Definitiv abbauen. So, darauf achten, dass wir keine 5 Sterne bekommen. Jawohl. Grün und weg. Zweiarteler, wie lächerlich. So ein Armutszeugnis von meines Angriffs. Letzter Angriff fürs neue Mauerstück. Und wir haben noch 8 Minuten übrig. Ziemlich perfekt rausgekommen. Arbeitsmoral. Hast du noch was für einen Urlaub geplant? Außer Domi. Trink mal was. Du schreibst, als wärst du völlig unterhofft. Oh Mann. Oh, hier fehlt noch einer. Den spende ich. Du bist meiner. Peng. Neu ausbilden. Welches Maustück machen wir denn hoch? Mal schauen. Hier haben wir schon 5. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Auch schon. Überall haben wir 5. Okay. Dann denke ich mal, mache ich hier drinnen weiter mit den Mauern. Also ich habe jetzt auf jeden Fall die schwächsten Stellen meiner Basis ausgemerzt. Gerade hier so die Ecken. Ich würde sagen, das hier sind die gefährdetsten Stellen, wo Feinde durchbrechen. Aber da bin ich ja schon lange drüber hinweg. Daher werde ich jetzt die Innen weitermachen. Sprich hier, 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 nein, hier und hier. Und dann mich weiter nach innen in die Basis vorarbeiten. Weil gerade hier muss der Feind ja irgendwann durchdringen, wenn er in die Basis rein will. Wirklich in den allerseltensten Fallen geht er durch diese ganz äußere Mauer. Danke, Marc. Gerne. Ich schreibe es nicht immer dazu, sudden, falls du das Video siehst. Ich schreibe nicht immer gerne dazu, aber auch nur, weil irgendwann spendet man sich tot. Da hat man 50.000 Truppen gespendet. Und ich finde es schön, wenn ihr alle Danke sagt, aber es braucht keiner. Truppenspenden sind bei uns mittlerweile so normal. Fühlt einfach, als wenn ich das sagen würde, das ist gern geschehen. Ich mache es ja jedes Mal gern. Aber ich schreibe es nicht immer dazu. Boah. Eigentlich wenig. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal, wir könnten noch eine ganz fette Basis nehmen. Zum Abschluss ist jetzt ja eh vorbei. Die ist nicht ganz fett, aber die ist okay. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier nochmal so einen Versammeln-Move hinbekomme. Okay, mit 5 Artillerie wird das gar nicht so leicht. Versammeln-Move. Mal gucken, ob es klappt. Oder gehen wir die Truppen drauf? Ja, hat geklappt. Oh, ich habe... Ne, ich habe nur noch... Ich dachte, ich hätte nur noch 11 Blackwatch. Übelste Panikattacke gerade. Hä? Ich habe auf jeden Fall auf das hintere Katapult versammelt. Dadurch sind die Truppen ganz nah an das vordere Katapult reingelaufen. Und weil die Truppen natürlich verhältnismäßig immer als nächstes, nach dem anvisierten Gebäude, das nächstgelegene Gebäude als nächstes verplatschen, haben sie natürlich zuerst auf das angevisierte Gebäude geschossen. Und danach, weil sie direkt neben dem anderen Gebäude standen, auf das Gebäude, wo sie daneben standen. Und das sind immer meine, so nenne ich die, Versammeln-Moves. Keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Letztens ist es ja damit auch nur gemeint, dass man durch das taktisch kluge Versammeln mehrere Gebäude als nur eins in der Reihenfolge rausnehmen kann. Ihr geht bitte mal alle hier rein, sonst habe ich keinen Überblick mehr über euch. Da oben haben wir auch noch einen Katapult. Kommen wir uns erstmal um den Turm. Wir haben ja genug Zeit. Und jetzt gleich müssen wir aufs Katapult gehen, weil meine Truppen in Reichweite kommen. Da, jetzt kommen sie in Reichweite. Jetzt gehen wir auf das Katapult. Perfekt. Können wir da oben noch die Burg stehen? Ne, nur noch einen Turm. Auch weg damit. Wir müssen auch nochmal ein paar Flammenwerfer hinsetzen, weil wir das Gold noch haben wollen. Da unten ist, oh, da unten ist auch noch die Burg. Jetzt habe ich zu früh die Flammenwerfer gesetzt. Hoffentlich gehen die mir nicht drauf. Meine Heilkarren fahren jetzt auch wie bescheuert durch die Basis. Ihr kennt das ja schon. Sobald man irgendwo Truppen setzt, lassen die Heilkarren komplett aus. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Jetzt muss ich die eigentlich mal, wenn die Kaserne, die Garnision da vorne kaputt ist, alle mal nach hier rein versammeln. Dann bleibt nämlich hier vorne die Kaserne übrig. Perfekt. Jetzt kann ich meine Flugzeuge noch schon auf die Burg draufsetzen, damit die Heilkarren nicht töten. Haben nicht mal drauf geschossen. Super. Also wir haben auf jeden Fall was stehen. Hier oben sind noch Gebäude übrig. Also ganz easy, vier Sterne nur. Drei wären natürlich besser, schaffen wir aber nicht. Doch, schaffen wir wohl. Wir haben keinen schnellen Sieg. Boah, nice. Das war nice. Mir fällt gerade übrigens auf, wir hätten die Mauer noch schon Feuer aufrüsten können. Ich habe ja extra erforscht, dass die weniger kosten. Das war jetzt noch so Routine, dass man denkt, die kosten 5 Millionen. So, dann ballern wir schnell das Mauerstück hoch. Ausbildungssägen endet in ein paar Minütchen. Drei Minuten, vier Minuten. Welches Mauerstück wollten wir nehmen? Hier das, glaube ich. Hoch damit. Boah, wie schön das aussieht. 4,85 Millionen. Direkt mal 150.000 gespart. Die Forschung hat mich jetzt, glaube ich, lass mir die Lügen, die ich bis jetzt daran investiert habe, in dieses Mauerstück, weiß ich nicht, 600.000 Gold gekostet und ein paar Stunden. Und ich habe jetzt schon 150.000 Gold wieder drin, also nachdem man 4, 5, 6, 7 Mauerstücke auf meiner Stufe abgegradet hat, haben sich die Kosten schon wieder amortisiert. Es ist also absolut wert, das zu forschen. Geiles, geiler Inhalt vom neuen Upgrade. Meine Kriegsbasis ist somit auch obsolet. Diese Kriegsbasis hier könnt ihr absolut knicken. Vergesst sie einfach, hat keinen Sinn, aufgrund der Doppelmauern. Thematik habe ich ja eben schon angesprochen. Ich werde die Basis auch löschen, also ich werde sie nicht mehr weiter benutzen, weil sie, wie gesagt, keinen Sinn hat. Und daher verändere ich hier auch die Mauerstücke nicht mehr. Ich konzentriere mich im Moment auf meinen Mace-Layout, weil das das Effektivere ist, so finde ich. Wo kommt denn das nächste Mauerstück hin? Hier. Boah, krass, hier habe ich noch voll viele Mauerstücke übrig. Wo kommen die denn alle her? Da ist noch... Ach, von gestern Abend. Stimmt, da habe ich vergessen, die umzusetzen. Das ist natürlich cool. Mal überlegen, wo platziere ich die? Von wo rechne ich denn damit, dass jemand angreift? Ich kann eigentlich hier noch dicht machen. Boah, sieht geil aus. Ich mag diese 12er Mauerstücke. Die sind so dunkel, die sehen viel böser aus, das ist die 11er Mauern. Macht jetzt echt schon was her. Also ich glaube, ich habe die größten Schwächenseiten meiner Basis jetzt mit starken Mauern ausgekleidet. Die inneren Seiten an der Akropolis und am Kolosseum und die äußeren Seiten bei dem Versailles hier oben und bei der Burg. Ich glaube, da sind die Freunde am häufigsten durchgebrochen. Gefällt mir. 47 Minuten, ich glaube, da machen wir noch einen Multiplayer-Kampf voll. Uns fehlt auch noch ein bisschen Apfelwein. Machen wir mal einen von den Bäumen leer. Nee, komm, lass was Dickes nehmen. Von mir aus was Dickes, was wir nicht mal richtig schaffen. Hauptsache einen fetten Angriff zum Schluss. Du bist mein Mann. Jetzt muss ich nur überlegen, von wo ich hier reingehe. Zwei Scharfschützen-Türme ist nicht schön. So, Konzentration. Wie mache ich das am besten? Ja, ich glaube, von hier oben. Hier kann ich einen Bunker rausnehmen. Ein Mörser ist ausgeschaltet. Jetzt werde ich sogar meine gespendeten Truppen und alles mitsetzen. Jetzt mache ich quasi einen Weltkriegsangriff draus, obwohl ich nur zwei Taktiken habe. Hat nicht geklappt? Ah doch, hat wohl geklappt. Mist. 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 Jetzt hängt ein bisschen. Irgendwie haben wir jetzt sogar schon den General ausgelöst. Wieso habe ich denn kein Versammeln mehr? Habe ich gerade aus Versehen irgendwo hinversammelt? Ah, am Anfang wohl. Oh, wie doof. Egal, meine Truppen gehen schon durch die Mauern durch. Wir versammeln hier rein. Perfekt. Und dann legen wir hier hinten einmal den Mörser, würde ich sagen. Mit dem Stadtzentrum lahm. Ich habe nur noch einen Heilkarren. Also werde ich mich hier vorne mal... Komm, 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 komm. Ey, der Bildschirm bewegt sich nicht. So. Boah, krass. Komm schon, ich brauche den Sniper-Turm weg. Oh, jetzt zerballern mir natürlich die Mörser auch einiges. Aber wie gesagt, wir haben uns hier eine Basis rangewagt, die eigentlich zu groß war. Müssen wir darauf warten, dass der Mörser noch weggeht und dann gehen wir außen rum, würde ich sagen. Oder? Eigentlich würde ich auch gerne das Panzerdepot da, den Bunker noch weg haben. Komm schon, jetzt der Bunker weg, alle raus hier. Der eine Flammenpanzer macht natürlich wieder sein. Ganz, ganz persönliches, eigenes Ding. Ich habe keine... Was machen sie hier? Sie haben auch schon wieder ein neues Mauerstück zerballert. Also die KI haben sie immer noch nicht gefixt. Eins, zwei, drei, vier Mauerstücke daneben ist ein Loch. Und was machen sie? Sie müssen natürlich wieder ein neues Loch graben. Das ist einfach so legendär. Jetzt muss ich mich auf meine Blackwatch verlassen, weil ich habe natürlich jetzt keine Flugzeuge mehr. Die habe ich glorreich gerade eben alle verblasen. Auf der anderen Seite haben wir auch nur noch ein Panzerdepot. Kein Bunker mehr. Also wir haben... Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht, dass ich so lange gewartet habe mit dem Versammeln. Denn dadurch... Du killst mir jetzt eine Artillerie-Panzer. Jawohl. So, versammle ich alle hier oben hin. Wir haben genug Zeit, um noch durch die ganze Basis durchzugehen. Ey, was macht dieser Flammenpanzer hier? Kommt der klar aus seinem Leben? Er will sich jetzt durch die komplette Basis durchfräsen. Ist das sein Ernst? Alter. Das habe ich... Hier ist nicht mal irgendwas daneben. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Anstatt, dass er hier um die Mauern drumherum fährt. Guck mal, was der jetzt macht. Das finde ich die größte Witznummer. Wenn normalerweise irgendwo, weiß ich nicht, direkt hier der gerodete Wald daneben ist, kann ich ja verstehen, dass sie da nicht durch die Mauern wollen, weil sie da irgendwie einen Abfragefehler haben, dass sie nicht ganz genau wahrnehmen können, hey, ist das jetzt Wald? Ist das ungerodet? Ist das gerodet? Aber was der Flammenpanzer hier für eine Lachnummer absieht, das finde ich echt ein bisschen traurig. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass wir die letzten Märkte noch bekommen.